Ich werde Ihnen jetzt sagen, womit der Weihnachtsmann Sie heute bescheren wird. Mit ein bisschen Schrecken und vergewaltigt Sie werden Sie nicht anfassen. Er hat etwas von ihr gesagt. Suizidalmusik! Kennen Sie den Unterschied zwischen dem echten Weihnachtsmann und mir? Er kommt nur einmal im Jahr. Ich zünd die erste Kerze an, sie beleuchtet meine Schattenseiten. Doch das ist nur ein Wachstropfen auf dem heißen Stein. Ich zähl die christlichen Adventskalendertage, an denen ich heuchlerische Sakramentsempfänger jage. Erwisch ich sie per Brackenschlag, verschnür ich sie in Leichensäcken und serviert zum Kaffeekratz verführerische Weihnachtsplätzchen. Gestanzt aus korrodierten Sensen aus Sechformen, die sich scharfkantig durchs Chorium jeder Menschenhautschicht bohren. Gefüllt mit Noroviren, ich wasch Blätterteiggebäck und wisch mit alten Engelskleidern manche Kleckereien weg. Schau, ich backe, back kein Leben, sondern ein Todkuchenhaus. Und wir gehen auf halbem Weg dorthin, die Brotkrumen aus. Und gönn ich mir aus Christmas Pop, noch Bourbon Drinks und Whiskey Shots. Fühl ich mich in meinem Backstübchen fast wie Weenie Toss. Bestell ne Knickmaschine für den menschlichen Teig. Meine gute Tat ist Target. Kauf mit Amazon Smile. Smile, 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 Smile Untertitelung des ZDF, 2020